Ich scanne nochmal die Gegend hier. Sekunde. Ist gar nix. Nee. Überhaupt nix. Hier ist Totenstille. Ganz weit weg. Über 1000 Meter. Ja, ich denke da hinten auf den Inseln mit diesen Schwefelsäulen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Doch, vorhin hat es gepiept. Da war auf jeden Fall mindestens eine Schnecke. Ein Geschneck. Äh, was war nochmal? Ach doch, hab schon. Fotomodus. Ähm. Da oben. Ich sehe eine, Philie. Schnecke? Jupp. Und zwar. Warte mal. Richtung Norden. Genau Richtung Norden. Was machst du denn da? Ich schieße die Mücken da ganz hinten ab. Okay. Ähm. Richtung Norden. Auf dem Bogen. Boah, Alter. Bin ich krass, du. Boah, Alter. Bin ich krass, du. Oh, das ist die Mutation, Alter. Ach, warte. Oh, hier ist ne schöne Höhle. Äh. Warte. So. Ich muss schon wieder essen. Wann musst du? Essen. Hier. Bin verletzt. Wo? Ach so. Ich bin verletzt. Äh. Richtung Norden, wie gesagt. Da auf dem, auf dem Bogen. Da oben sitzt ein Schneckchen. Ich guck mal hier in der Höhle nach. Äh. Naja, Pseudohülle. Also diese Kanone hier ist ein ganzes Stück Lebensqualität. Ja, das glaube ich. Was ist das? Ne, ist keine Schnecke. Wow, hier geht's ja richtig. Wo bist du denn schon wieder? Äh, rechts abgebogen. In so einer Höhle bin ich. Alter Joke, du. Boah, krass. Hier sieht echt... Ja. Echt schick aus hier. Du hast dich an den Fliegen vorbeigeschlichen. Gekämpft, Philly. Ich habe gekämpft. Hast du gar nicht. Doch. Die sind doch alle verpuppt. Ist auf Video. Also ich meine auf... in der Aufnahme. Fräunchen, siehste? Ja, willkommen zurück. Alter Sack. Alter. Ja. Ja. Ach so, ist ja doch... Da hinten ist noch was für dich. Guck mal, hier ist ein Schwebeast. Ja, wir sehen. Hier, guck mal. Sieht gut cool aus hier. Oh. Aber es ist bestimmt wieder... Sieht nur so cool aus. Oh, warte mal. Die ist irgendwo? Äh. Was? Über uns muss eine Schnecke sein. Die Richtung. Äh, Richtung Ost. Aber noch relativ weit weg ist. Ja. Irgendwo in der Höhle hier. Na dann. Auf geht's. Mal gucken. Gucken da. In die Kackhöhle. Die Kackhöhle. Ja, irgendwo da oben. Aber wo oben? Da tut's wenig. Äh. Ach, da ist ein Hundi. Äh. Wo? Und hier liegt ein Haufen Gerümpel rum. Hä? Wo kommt das hier? Wo ist der Schlüppel? Äh. Links um die Ecke. Links? 20. 20 Motoren hab ich gefunden. Und 32 Computer für die... Alter, wat? Oh. Wow. Was ist das denn alles hier? Ähm. Modularer Rahmen. Gut, Kabel. Brauchen wir nicht unbedingt. 228 mal Draht. 40 verschieden... Äh. 40 verstärkte Eisenplatten. Nochmal 16. Na Hundi? Ich hab keine Beere. 30 Motoren. Was ist denn hier los? Ich hab nur so einen komischen Speckfilz, aber den will er ja immer nicht. Nee, ich hab ne Beere. Willst du auch mal machen? Soll ich dir ne Beere geben? Ja. Warte. Warte, warte, warte. Yuri is the Beere. Müsst du in die Hand nehmen, gell? Äh, in die Hand nehmen und dann... Achso, droppen. So wie ich gerade. Und dann weggehen. Jetzt hier vor ihm droppen. Vor ihm droppen, genau. Und dann ein Stück zurücktreten und dann müsste er eigentlich angetapert kommen. Und jetzt ist er zutraulich. Jetzt ist sein Freund. Furz dich gleich an. Ist ja eklig. Und du kannst ihn auch... Ach, siehst du ja selber. Ja, eh. Und ab und zu bringt er dir einen Schmankerl mit. Ein Goldnugget. Der furzt hier so. Ja. So, wo ist jetzt Madame Schneck? Die ist da oben irgendwo. Hm. Wo kommt man denn da hin? Oh, ich seh nichts. Siehst du irgendwas leuchten? Ich seh nichts leuchten. Ich auch nicht. Oder man kommt nur oben ran. Äh, von oben ran. Weiß nicht. Weil ja da hochfliegen wird ein echten... Ne, das ist schon ein bisschen so weit, glaube ich. Oh, oh. Wo müssen wir hin? Na ja, theoretisch nach oben. Aber ich befürchte mal, bzw. ich denke mal, dass wir von außen irgendwie... Ne, wir kommen hier nicht hoch. Vergiss es selbst mit dem Jetpacks nicht. Das wird nix. Wo bist denn du? Da hinten. Wo ist das dunkel? Warte. Ne. Das ist nix. Nee, dann ist nix. Wir flattern mal hier zum Wasserfall, da ist bestimmt was. Lass das mal aufladen. Zwischenstopp. So. Gut. Nee, die ist ganz oben. Da kleben irgendwelche Kristalle da oben dran. Könnte sein. Ih, was ist denn da raus? Hä? Ja, ne Fliege, wa? Ja. Wo ist die andere? Was ist denn das da oben? Das sieht ja cool aus. Ach, da drüben ist das gleiche nochmal. Das sind Pflanzen. Oh, ich komme näher. Vielleicht kriegen wir sie doch. Oh, oh, Entschuldigung. Ich glaube, die kriegen wir doch, Philly. Bam, 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 bam. So. Warte mal. Die muss doch schon zu sehen sein. Wo ist sie denn? Genau über uns müssen sie sein. Ja, verdammt ich. Ah, hinkommen. Wie weit kommst du? Oh, 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 oh. Nicht so, wie ich wollt. Ah, irgendwo muss die Schnecke sein. Siehst du da über das Leuchten? Hm, hm. Gibt's doch gar nicht. Ich fliege mal hier auf die andere Seite. Scheiße. Ich sehe sie. Ähm. Die ist in der Nähe. Genau auf der anderen Seite von dem Knochen da oben. Äh, äh. Aber dahin zu... Ach du Scheiße. Warte mal. So? Äh, ja, oben drüber. Äh, wenn du da oben irgendwie raufkrabbeln... Siehst du sie? Ja. Ich hab sie. Echt so schnell? Wie, hä? Oh, shit. Ich rutsche runter. Oh, ich hab sie. Okay. Und was bauen? Nee, nee. Ich komm da vielleicht ran. Okay. Ich beobachte das mit meiner Super-Zoom-Kamera. Jetzt hast du es so, oder? Ja, schade. Also, nicht schade, sondern... Ja, ich hab sie. Ja. Ich hab sie. Sehr gut. Sehr gut. Aber wie sollte man hier herkommen? Ist da oben irgendwas? Ich komm grad nicht... Da Bären sind hier, ja. Okay. Also drei Bärchen. Ah, hier auch. Oh, hier liegt schon wieder so viel rum. Und hier sind zwei Hundis. Was ist denn hier los? Ist ja ein Hundeparadies. Wieder 32 Motoren. Was ist denn hier? Stahlbeton. Zwölf Computer. Ein Haufen Schrauben. Hm. Ach, guck mal wie das Licht hier einfällt. Hast du gesehen? Doch. Das sieht schon cool aus. Stimmt. Bist du? Ich bin hier. Da oben. Hm. Äh, ich würde ja gerne mal da hinten... Wow. Ich hab grade alles weggelootet hier. Also alles was so... Ja. ...vermeindlich wichtig ist. Interesse wäre. Genau. Guck mal da oben auf den Wasserfall können wir mal. Äh, ja. Da wurde ich auch vorhin hin. Also beziehungsweise... Auf jeden Fall leben hier sehr viele Hunde. Ja. Wo war da überhaupt hin? Könnte ein Problem werden. Oh oh. Das ist doch kein Vorsprung zum Zwischenlanden, oder? Hm. Nee. Das wird nichts glaube ich. Das glaube ich auch. Wir können durch dieses Wasser sprengen. Gibt's ne andere? Warte mal. Gibt's hier irgendwie noch nen Ausgang? Oh. Ein Bärchen. Na, 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 na. Äh. Na dann... Da unten? Müssen wir woanders lang. Warte mal. Ah. Ich glaube wir nehmen am besten den Ausgang, mit dem wir hier kommen. Den... Also. Den Eingang. Okay. Was war denn das für ne Richtung? Da. Was? Wo ist da? Seh dich grad nicht an. Da raus. Ach da. Ich zeig dir, oder? Achja, wir sind ja relativ weit unten gewesen. Stimmt. Toll. So ein Fliegenpilz ausgelöst. Nur ein kleines Pilzchen. Oh. Ja, mit... Du hast Besuch. Ich nehm' mich durch, ihr Lutscher. So. Jo. Äh. Und du? Ah, da hinten. Ja. Okay. Okay. Nein. Nesstiges Fliegenpacken. Äh. Äh. Sag mal, siehst du die Dreiecke hier auch? Oh. 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 Okay. Sehr merkwürdig. Kein Grafikfehler, oder? Ey. Hm. Oder? Ist das ein Grafikfehler? Ja, ja. Ja, doch. Ja. Ja, ja. Oh. Nein. Aua. Sehr gut. Da, guck mal. Und wie gesagt, in Richtung Norden dieser Bogen, da liegt eine Schnecke. Obendrauf. Hm. Wo denn? Äh, genau in der Mitte oben. Auf dem Bogen. Also nicht der große Bogen hier über uns genau, sondern der da vorne. Verstehe ich die? Ich sehe da keine Schnecke. Äh, doch, jetzt müsstest du sehen. Warte mal, hä? Hab ich da gerade mal gesehen. Was ist denn das da oben? Äh. Die wird beschützt von Fliegen. Doch, doch, da ist eine. Da sieht man den Kamm. Von ihr. Weiß nicht, ob es ein Kamm ist, jedenfalls. Also ich sehe das Fliegenteil, aber keine Schnecke. Hast du, hast du Fernglas an? Nö, wo ist denn das? Äh, P. P und dann, äh, zoomen. Ah. Da sieht man so eine, so eine Art Kamm. Das ist von der Schnecke. Ich sehe keinen Kamm. Nee. Den du das Fliegen lässt. Naja, und daneben ist die Schnecke. Ist sie. Definitiv. Ich hab sie von, von weiter weg gesehen. Tja. Was soll uns das jetzt weiterhelfen? Naja. Guck mal vielleicht hoch, aber eher von der anderen Seite, oder? Ich weiß nicht. Kann's ja mal versuchen, aber ich befürchte. Nein. 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 Oh, Scheiße. Das ist ja hoch, kommen wir irgendwie jetzt nicht. Nee. Nee, nee. Grundlicherweise. Okay. Tja, dann. Eventuell von der anderen Seite. So Typen sind zu fett einfach. Ja. Oder wir müssen eine Leiter bauen, oder sowas. Aber, was, wohin? Das könnte man theoretisch machen. Ich nehm das in die Hand. Okay. Achso, wenn du eine Rampe willst. Okay. Ja. Warum nicht? Foto nicht, nicht? Kann ja mal gucken, ob da von der anderen Seite eventuell die Möglichkeit besteht. Aber es wird genauso steil sein, nehm ich mal an. Das wird nix. Nee, ist genauso. Ja, ja. Das ist auch nix hier. Scheiße. Ich seh noch eine. Hä? Jetzt. Okay. Nee, das war gar keine. Verdammig. Das war gar keine Schnecke. Wie gemein. Das war gar keine Schnecke. Sapalot. Hm. Äh. Das ist ja komisch. Ich... War denn? Äh, ist noch komisch halt. Jetzt halt. Hier ist ein schwebender Nussbaum. Sehr gut. Schwebender Nussbaum. Schwebender Nussbaum. Nee. Ne. Das wird noch nicht reichen. Das wird sowieso ne riskante, riskante Aktion. Äh, Logistik wahrscheinlich. nicht. Hm. Ja. Hm. Weiter kann ich leider nicht. Warte mal. Ich kann ja nochmal. Warte mal. Sekunde. Ich baue mal. Halt. Nein. Falt die Taste. Ich baue mal ein Stück weiter. Warte mal. Warte mal. Soll ich noch weiter bauen? Das fand ich immer so verschätzt. Ist halt geil. Okay, jetzt kann ich rüberfliegen, glaube ich. Okay. Kannst du noch höher? Ja, ja, klar. Warte mal. Warte mal. Ich muss mal auf der anderen Seite ein bisschen hochkrabbeln. Sekunde. Kannst du auch abreißen. Nee, nee. Ich muss bloß ein bisschen hoch. Weil von unten lässt sich das nicht mehr so anpeilen. Moment. Bin gleich da. Hallo. Guck mal nach. Guck mal noch nicht. Ich könnte noch weiter. Mach noch einen. Okay, okay, okay. Jetzt kann ich probieren, da rüber zu fliegen. Ohhhh. 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 Nein. Jetzt Wasser. Ohhhh. Scheiße. Ich hab mir nichts aufgehoben. Für meinen... Ah, scheiße. Ich bin da oben drauf stehen. Und dann hab ich einfach runtergerutscht. Äh. So, ich bin... Scheiße. Oh, scheiße. Ich bin oben. Ohhhh. 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 Ich glaub ich nehm mir mal lieber den Buggy mit, oder? Äh, wo bin... Ach du bist tot? Ja. Mhm. Scheiße. Ich versuch's auch mal. Wünsch mir Glück. Dann warte ich auf dich. Ja. Ja. Ich bin oben. Ich bin oben. Ja. Bleibst du drauf? Ja, kann ich mal. Wie? Bis du kommst? Nee, also bist du jetzt da drauf? Ich bin drauf. Ja, ja. Okay. Ich muss jetzt bloß die, äh, Fliegen verscheuchen. Großartige Kampfbewegung kann ich hier nicht machen, weil... Links und rechts ist vorbei hier. Oh Mann. Okay. Ich hol sie mir. Irgendwo ist noch ne Fliege. Äh. Wo bist du? Na. Ich glaub ich wurde grad geblitzt. What? Au. Scheiß Fliege. Komm her. So. So. Eine grüne Elektrosnacke. Boah. Wie komm ich jetzt hier wieder unter? Zu meiner Kiste finden wieder. Ich kann mich ja eigentlich fallen lassen und kurz vorm Boden abbremsen, oder? Funktioniert das? Ja, ja. Boah. Hilfe. Das, ähm, versuch ich jetzt. Juhu. Geronimo. Boah. Ja, es geht. Boah, wie geil. So. Sanfte Landung. Zum... Folgenschluss, Filli. Wir müssen aufhören. Oh. Boah. So ne Scheiße. Ja, Mensch, äh, Schnecke gerettet. Und, äh... Ja, Kiste weg. Und Kiste weg. Nee, äh, äh, hä? Ist die wirklich weg? Nee. Wo ist die überhaupt? Die hol ich mir wieder. Muss aber einen drauf lassen, ey. Ja, mach das mal. Okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal hier bei Satisfactory. Tschüsschen. Ah, ehrlich. Hier die Kiste hier unten. Tschüsschen.